und herzlich willkommen bei Let's Save Emergency 4 heute ist Pille nicht alleine wie ihr hört, sondern euer Snowball ist auch dabei außerdem natürlich nicht der Pille der das Projekt gestartet hat und der Nico der immer bei jedem Projekt dabei war und die wahre Lüppe, die gerade seinen Einsatz verpasst hat du hast das natürlich echt schwergleich drück mal schnell weiter für Nico Holi, Holi, Hooligans Holi, Holi, Hooligans Snowball, Snowball, du kriegst einen Einsatz, ich schieße jetzt ja, ich bin doch schon unterwegs, ich brauche nur noch einen zweiten RTW oben geht's jetzt ab, das kann man auch gefangen nehmen äh, dann könntest du auch ne, ähm weiter drücken, weiter drücken danke oh, z4 hört komm das Ding jetzt, ja ja, wo bleibst du denn? hm, ach geil, jetzt sag nicht, ich hab'n huu ich dachte schon, ich hätte ein leeres Fahrzeug losgeschickt ja, ähm chill, chill, chill ich bin grad am ausrüsten, so apropos ausrüsten Fahrzeug steht nicht einfach hier ich besorg mir mal einen Rüstwagen mach das, mach das äh, Feuerwehr bitte mal hier hoch oben ganz hoch ja, da da, wo, ähm die randalieren wieso? weil die, ähm werfen die mit Molotow, 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 Cocktails ok, dann ist, äh, Feuerwehr Süd in Bereitschaft und Feuerwehr Nord geht auf Anfahrt ja, Polizei ist eingetroffen ja, jetzt geht die Schießerei oben los hör mal auf zu schießen, Mann er hätt sich bestimmt so 5 Snipers genommen, womit er jetzt einfach so die Leute nieder schießt sich nein, warte, krieg mal schnell weiter, ich brauch Börserwerfer ja, ein Moment ich brauch auch mal hier kurz ich brauch auch mal hier kurz was ich brauch auch mal hier kurz was Molotow geflogen ja, aber die treffen ja irgendwie nichts die werfen sich ja nur selber ab sei froh, dass es dabei bleibt, dass sie sich momentan nur selber abwerfen oh, du hast ja schon eine Drehleiter gekreilt ja, wieso? ah, nur so kurz da nehm ich zwei Rüstwagen dann, ne? mach das Fahrzeug schnitze Fahrzeug 13, höher, auf den Weg wow, was war das? eine Flash äh, bist verfolgt come, 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 gib Gas, gib Gas also irgendwie habe ich es heute mit dem Einheits Masken, da, äh, Feuerwehr weg da stephenarial processes maskenaderaient Geh rein äh, das Tianheerchen tranquill 2020 das Radiguanz lass mich meine Leute kurz, äh, aufs Fahrzeugkifall so Molotow zum Telef flogen. Wir sprechen aber vorher ab, wenn wir uns neue Fahrzeuge kaufen, ne? Also von Herzen. Also ich hatte mir einen Wasserwerfer gekauft. Okay. Aber das braucht ich auch. Und das ist ja so eine einmalige Anschaffung, wo wirklich... Um die Leute tot zu spritzen, braucht er das. Ja. Das ist die Masse immer hinterher, muss aber alles aufflogen. Alter, hier packt er das gerade. Äh. Rudigan haut ab. Ja, dann lass Polizisten aussteigen, dann nimm ihn hinterher. Boah, nechste Idee. Guck mal, da bin ich doch gerade dabei. Das dauert jetzt schon so lange mit deiner Aktion, ne? Ja, ist klar. Ich hab gleich zwei Einsätze am Anfang gekriegt. Und der Snowball erhält für seine Leistung eine Auszeichnung. Äh, einmal Feuerwehr Süd. Das Haus scheint, äh, zu brennen. Welches? Neben den Hooligans. Du bist Feuerwehr Süd. Äh, Nord mein ich. Okay, Feuer ist aus. Haben wir hier oben, haben wir hier oben, äh, Verletzte eventuell? Äh, du kannst aber, na, noch nicht. Äh, ich mach mir erst. So, molly? Hm, molly. Okay, hier oben haben wir noch zwei Verletzte. Und ich kriege die Kamera gerade nicht richtig hingestellt. Mit Skyrath kannst du die fixieren, ne? Okay, so hab ich. Ich schick einfach mal ein... R-R-TV? Ist das richtig? Ja, Rettung. Rettungspart. Rettungstransportwagen. Rettungstransportwagen. Rettungstransportwagen daneben. Also diese komischen hydraulischen Rettungssätze, ne? Die sind ja so viel vorhanden auf dem Rüstwagen, ne? Könnte mal einer weiterdrücken. Ich bräuchte nochmal, äh, zwei, ähm... Oben ist ein Verletzter. Jo, hab ich schon einen hingeschickt. Ach. Nico, du musst die Passanten noch, äh, von der Person wegleiten, ne? Weil wenn die das sehen, dann werden die auch noch zum Hooligan. Hä? Ich leite doch die Passanten unten weg. Von der verletzten Person. Ach, da oben, jaja, ich hab keinen Streifenwagen. Bin dran, bin dran. Gut, ich hab, äh, noch meinen Wasserwerfer oben. Sprich, wer kommt jetzt weg? Wer kommt jetzt weg? Vergiss aber nicht, den auszumachen, wenn du den nicht mehr brauchst, ne? Ansonsten ballert er die ganzen Leute da ab. Ähm, ein... TLF, also ein LF steht dir auch zur Verfügung, Flo. Gut, dass ich gerade nicht den Patienten versorge, sondern den Polizisten. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Ja, das, das war irgendwie fair meinerseits. Ach so, apropos, ähm, Snowball, packst du, ähm, einen Notarzt vorne ins Akku? Damit ich meine Einsatzkräfte dann da heilen kann? Äh, einen Notarztwagen nur? Nur einen Notarztwagen. Okay. Er hält ja eine Auszeichnung nach der anderen. Ja, so viele wie Nico da auch verletzt, ist das kein Wunder. Ja, das war gleich... Ja, das ist ja noch ein Hooligan. Das ist gerade... Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Snowball, das Opfer oben kannst du abtransportieren. Ja, ich hab ja gerade die Probleme damit, äh, Benachschub zu sorgen. So, dann löse ich die Bereitschaft auf, ne? Toto. Äh... Was mit den Verletzten unten, im Süden? Äh, der wird jetzt abtransportiert. Das alles, hat schon alles seine... ...Richtigkeit. Waldbrand ausgebrochen. Oh, du brauchst eine Ausbreitung eindämmen. Alle Brände löschen. Äh, ich muss gerade erst mal den Waldbrand finden. Er blinkt auf der Kante. Äh, Insel. Äh, äh... Nee, sollte... ...sollte ich packen, eigentlich. So weit kann er sich ja nicht ausbreiten. Meinst du? Ja? Polizei kann abrücken. Ja, sehe ich, hier unten kommen auch schon Menschenmassen. Gut. Ich komm kurz mit dem Rüstwagen hoch und... ...fäll da ein bisschen Bäume weg. Ja, du kannst auch hier unten beim Haus die zwei Bäume dann wegnehmen. Ich versuch dann, sobald einer da ist, schon mal... ...die ein bisschen zu kühlen hier vorne. Schnauer, bitte einmal den Notarzt aussteigen lassen. Mhm. So, Rüstwagen ist auf Anfahrt. Sie alle einmal bitte so weit heilen. So. ...habe ich keine Schläuche auf den Fahrzeugen? Äh, das heißt, du brauchst wirklich einen LF, wie ich es dir gesagt habe. Bitte einmal weiterklicken, damit ich mich eigentlich, äh, vernünftig machen kann. Du kannst dir aber Schläuche von meinem Rüstwagen jetzt runternehmen. Du kannst dir aber Schläuche von meinem Rüstwagen runternehmen. Ich stelle dir mal neben das T-LF. Also, Schläuche kannst du dich jetzt bedienen. Oh, ich habe eine Auszeichnung erhalten. Guck mal da, wo du kühlst, ne? Das hat sich schon viel weiter ausgebreitet wieder. Wollte kurz sagen. Flaschen, 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 flaschen. So. So, ich denke ein bisschen an Greenpeace und mache auch nur vier Bäume weg. ...zuschuss von 85.000. Versteigende Kosten. Äh, ein Polizist kann weg. Zwei Polizisten gehen weg. ... Na ja, schon krass, ne? Ich werde mal weiterklicken, dann geht's. Ja, allein die BIP-Krami machen. Das war einfach mal weiterklicken. Mhm. Das kann ich mal sagen, weiterklicken. So, ich würde sagen, das ist eingedämmt, ne? Oder? Dann rücke ich jetzt wieder auf. Äh, ein Polizist kann weg. So, wer auch immer den Rettungswagen da geparkt hat, wo vorher mein Rüstwagen stand, den bitte ich, äh, da wieder frei zu machen. Gebäude brandt durch einen Kursschluss an elektrischem Gerät. Löschen Sie alle Brände und versorgen Sie, wenn nötig, alle Opfer unterfordern Sie sich. Äh, stell mal kurz ein RTW ab. Die Polizisten sind wieder einsatzbereit. Gut. Soll ich, äh, einen Gruppenwagen zur Verstärkung hochholen? Kannst du rum? Oha! Oha! Ob Technik benötigt? Einmal für meinen Rüstwagen, bitte. Ist nicht viel, aber ich brauch Technik. Okay, dann geht's. Äh, Polizei soll bitte den, ähm, Verkehr regeln. Gut. Äh, und wenn es geht, Feuerwehr, äh, das, ähm, andere Haus... Ja, äh, mein Elefant ist auf Anfahrt. Steh ich da grad im Weg? Ne, tut's dir mit. Treibwagen und Technik kommt. Juhu! Verkehr wird umgeleitet. Technik ist da. Mein Elefant benötigt nun auch Technik. Da ist gleich ne Mann. Warnung der RTW steht im Gefahrenbereich. Bitte entfernen. Das heißt, der RTW wird gesprecht. RTW wird gesprecht. Treffen Gewalt bei der Hooligans festnehmen und abtransportieren. Entschuldigung. Das heißt, der RTW benötigt nun auch technische Hilfe. Weiter klicken bitte, weiter, ganz viel weiter klicken bitte. Äh, wir sind die Hooligans. Und, ich bin gleich klar, ich kann... Ich bin gleich klar, ich kann... Ich stelle ich meinen Hintergrund. Ich bin gleich klar, ich bin gleich klar, ich bin gleich klar, ich bin gleich klar, ich bin gleich klar. Da läuft einer. Ich seh, der Flitzt. Alex! Der läuft in die Fußgängerzone, der hat. Oh, ich bin gleich klar. Ich beginne mit... entkommen es fangen dann mal mit den Ersthelfermaßnahmen an Nein, 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 noch nicht, noch nicht, gedrückt, rützelt es kommt welche und schlagen, ich muss aufpassen und es ist dann Tim war zu spät ein verletzter da sind aber noch mehr so, mein Löschgruppenfahrzeug rüst wieder ab so in Rhein dann mal den Verkehr umleiten, wenn es geht dann geht nicht, ich habe keine oh, verdammt ich bitte um Berechtigung, mir eine Drehtleiter zu kaufen ich glaube, ich habe den Ton ein bisschen zu laut eingestellt Emergency ist fast doppelt so laut, als du es hörst, eigentlich ich Entschuldigung, ich muss gerade blockieren. Naja. Ich würde sagen, die Garagen sollten wir mal aufbrechen, wenn das da so heiß drin ist. Ich glaube, die Garagen sollten wir mal aufbrechen und gucken, was da drin ist. Gasleitung explodiert. Löschen Sie ABC-Unfall und transportieren Sie sie ab. Ja. ABC? Danke, ich... Einmal bitte Brücke sperren. Kommt sofort. Hier unten ist alles... Ja, ich halte ja auch clean gerade. Äh, da läuft jemand... Ja, den muss Varelippe sich kreilen, oder soll ich den kurz... quasi... auffangen? Erdbeben... Nein, da ist nur ein Autorx-Bedeutung. Okay... Okay... Marilupe hast du schon den, äh... Dekontaminationswagen gekauft? Das musst du jetzt machen. Äh, äh... Ja, wo gehen... Führte gar nicht rein... Leck? Ich glaube, ich habe einen bei dir drin und du hast einen bei mir drin. Äh, äh... oder so. Ne, ich habe nur meine Leute... Hier steht aber noch einer von dir. Hier stehen noch zwei von mir und die sind noch nicht eingestiegen. Und bei dir steht, ähm... Ein Stück weiter oben steht auch noch einer von dir. Ja, aber der passt denn nirgendwo mehr rein. So, MTW ist angekommen. Das ist komisch, weil ich habe keine Überfüllung der Fahrzeuge. Weil hier oben steht keiner mehr. Meine Fahrzeuge sind, äh... Mit kompletter Mannschaft abgerückt. Komisch. Dein... Dein... Dein Drehleiter... Dein Drehleiter steht irgendwie ein bisschen komisch. Das ist gesperrt. Äh... Polizei kann unten beim Hooligan-Einsatz ab... Äh... Tauchen. Abtauchen. Ja, wir tauchen. Tauchen, verschwinden! Verzählt euch! Verzählt euch. Ich helf mal obem, äh... Die Person einfangen, genau. Äh, einmal bitte Pause klicken. Seire Lippe. Von dann? Ja. Auf 25 Minuten. Ja, 20 Minuten waren. Ich würde sagen, wir sehen uns dann wie immer im nächsten Part dann zu gucken, ob wir das Giftgas unter Kontrolle kriegen, was wir werden Ja gut, bis denn Bis denn, tschüss